Die WorldSkills in Leipzig sind noch ganz frisch in den Köpfen. Da wartete schon der nächste, aber vorerst auch letzte Höhepunkt auf unser deutsches Team. Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel nahm sich die Zeit und empfing unsere Mannschaft im Bundeskanzleramt. Ach, es war grandios. Also so ein Empfang von der Bundeskanzlerin, glaube, da träumen manche Leute von. Und wir hatten die Ehre, jetzt heute da zu sein. Und es war toll, also mal Frau Merkel so aus der Nähe sehen zu dürfen. Das war schon ein Highlight. Ja, auf jeden Fall interessant. Ich denke, in der beruflichen Karriere kann das nicht jeder von sich behaupten, dass er mal von der Bundeskanzlerin eingeladen wird. Und ja, da kann man schon stolz drauf sein. Ja, ich war vorher schon angespannt gewesen, weil man weiß ja nie, wie die Frau ist oder wie sie aussieht, was sie macht. Und ja, total nette, sympathische Frau, macht Scherze, so wie jeder andere Mensch. Passt. Sehr interessant. Es ist mal was ganz anderes. Ich glaube, es kann nicht jeder von sich sagen, dass er schon mal hier war und ihr persönlich der Hand geschüttelt hat. Ja, auf jeden Fall spannend. Es ist schon toll, jemanden mal zu treffen, den man sonst noch aus dem Fernsehen kennt. Und es hat sich auf jeden Fall gelohnt, hier eine Exklusivführung zu bekommen. Rundgang durchs Gebäude, Pressetermin und im Anschluss Privatempfang bei Kaffee und Kuchen. Der Tag war komplett durchgeplant. Und nach kurzen Ansprachen der Bundeskanzlerin und von Dr. Theodor Niehaus blieb dennoch Zeit, sich mit der Kanzlerin zu unterhalten. Sie hat mich gefragt, welchen Beruf ich mache und so ein bisschen die Aufgabe beschrieben und ja, das hat sich sehr interessiert. Ja, sie hat halt gefragt, was wir damit gemacht haben, ob wir verschiedene Aufgaben lösen mussten, wie viel Zeit wir dazu bereitgestellt hatten. Sie hat mich noch vorgestellt, was ich gemacht habe und hat gesagt, sie kann gerne mal kommen zum Friseur. Und hat sie ja gesagt? Ja, sie hat gesagt, sie guckt mal vorbei. Es war ein schöner Abschluss für eine intensive Zeit. Doch ganz aus den Augen wollen sich unsere Teilnehmer nicht verlieren. Nö, der endgültige Abschied würde ich sagen, der findet gar nicht statt, weil alle bleiben im Kontakt. Das Netzwerk Gewürz geht, es bleibt erhalten. Ja, es haben sich schon einige Freundschaften in der Zeit gebildet. Ja, richtig, es war jetzt zum Schluss auch noch sehr traurig gewesen. Man hat sich doch jetzt schon sehr an alle gewöhnt und so. Aber wir hoffen noch auf nochmal ein Treffen Ende des Jahres. Ob die Freundschaften, die Wettkämpfe an sich oder der Empfang bei der Bundeskanzlerin. Es sind alles Erfahrungen, die unserer Mannschaft beruflich, aber auch menschlich viel gebracht haben.